hallo leute herzlich willkommen zurück zum let's play minecraft so weinen staffel 1 er ist mittlerweile wieder fast drei wochen vergangen ist jetzt mal aufgenommen haben wir sind trotzdem noch so über 40 folgen im plus das haus haben wir fertig gebaut und mittel jetzt mache ich mal also ich habe auf jeden fall das ziel dieser aufnahme ein paar wege zu bauen was du auch noch erwähnen muss redstone benutzen genau ach so haben wir auch immer höher stellen ihr habt das wahrscheinlich schon vor sagen wir mal vier wochen gesehen oder vor drei wochen dass da haben wir einen speedrun gemacht habe nicht da hatten wir das auch schon benutzt das ist auf jeden fall doch ein bisschen von den zeitpunkt wo wir das hier gerade aufnehmen also könnt ihr ungefähr so schätzen wie der zeitabstand unterhalten ja ja und ja also ich war wollte natürlich mit gravel hier ein paar wege machen hinten zum feld und dann darüber zur farbe ins maschine dann noch zu den brücken verbinden hier die brücke müssen natürlich noch umbauen das immer schöner ist jeden fluss da machen wir mal die steine weg die brücke wunderschön und über die brücke die wir am anfang gemacht haben ich glaube dass wir auf die andere insel so einen hof machen was die tiere haben ja oder was haben wir sonst eben machen ja doch könnte man ja erst mal hier machen wir hier so ein kleines bauernhäuschen hin erweitern hier so ein bisschen mit dreck kann man ja doch zum bauernhäuschen naja und dann bauen wir so einen kleinen stall mit kühnen küsse der sowieso hier schon weil das nicht auch in der nähe schweine kriegen wir sowieso ja und schafe sind irgendwo jetzt die frage wo ist pip ja ich war an der dienst ich muss redstone und so sammeln wirst du nicht brauchst denn ich muss ich muss mal gucken was braucht man alles für täler ist denn so also ich habe das ding noch nie gebastelt so schulferien.org habe ich das letzte mal auf meinem tablet gesucht kein alles klar so die kraft gamepedia wir haben übrigens zehn ender perl schon 10 was das dreifach ich brauche schon mal die brücke ab nefarben die machen wir ihn und ich was ist niemals die der sound der sound die g die gerne ein bisschen dieses dieses kraft das ist und den haben wir schon gehört müssen wir noch ändern der ist und mit der hackt so ein bisschen ab so ein bisschen du kannst aber leiser stellen das habe ich auch gemacht bei das ist friendly auf holz jetzt hat sich gerade noch nicht aktualisiert wenn man ist so alt ist der sound behindert den sound den habe ich weiß nicht wie lange das her ist den habe ich habe ich habe ja schon mal soundpicks gemacht früher ja woher das noch nicht so einfach war auch ich habe ich habe früher mal versucht immer so bis zu pixel mit diesen alle waren alle blöcke auf einer png datei das war so anstrengend auf jeden fall diesen s sound den habe ich da damals eingesprochen ja name links und gab es auch sein ich weiß gar nicht wie ich dir sein geprüft wird ich habe es zu viel normal ist zu vieles sechs feine hab gar keine freile aber wenn du mir weiter geben willst dann kann es gerne machen dankeschön ja hier passt das nicht irgendwie so eingestellt dass beide türen aufgeben eine rolle schaltung zerstört ach so immerhin ich das ging halt völlig in meinen raum wir brauchen die meisten weil ich habe zufälle knochen ich lege die mal aber da hast du ja auch so ein vorhang vor dem geheimraum ja also die bilder müssen unbedingt ändern ich meine das sieht zwar ganz stylisch aus aber dann sieht man halt dieses scheiß tür ja einfach aus dem komp irgendein text text übernommen da können wir auch selber ändern und zu selber machen genau warum ist der regen so laut obwohl wir hier ach oder weil das dach offen ist warum ist der regen das offene ist auch zu ja das dach ist ja das dach ist zu weise oder aus kann man regen sound ausmachen ja ausstellen gerade sagen dazu wäre scheiße gewesen wäre sie laufen gewesen wäre martin schon mal auf zehn prozent wir haben du hast noch ein bisschen clay nein warte mal sieben nur okay bisschen ist gut ist irgendwie mit der kuhfarm ja die machen wir jetzt also ich habe noch zehn redstone genügt bestimmt auf jeden fall ich mache ich bei die brücke jetzt ab dann gucke ich mich drauf und dann sind die erwachsener dann können doch drauf drücken drauf drücken ich glaube ich oder ich weiß es nicht jedoch nicht der wasser noch ist wissen oder zu 8 stück und ein leder das glaubt mir wie wenig leder die getroppt haben das ist scheiße mist kacke zack hast du gerade da was reingeworfen du meinst doch hier ist ein pissen warte mal was haben wir jetzt dann haben wir den weg gemacht und wenn wir das warte wie viele slime balls haben wir jetzt eine viele das gut war die vorläge ich nicht schon wieder nee nee das war ganz an der liga hat irgendwie verzögert reagiert so wie im schlaf gehen dass du regen da würde ich gut töten ok nein nein der schwert dinge ist es hier beziehen ich heute denn sogar bei dir und der bogen so und der ist am geilsten guck mal hier warte wieso habe ich kein schwert sound lol hey wieso habe ich kein schwert stark mit dem schwert nein wir mussten viel dafür treffen die heuer nicht in der nicht so schwarze betten ja gerne sehr cool wenn wir noch so individuell die sie haben ja so wie das schild und so habt ihr schon musik hinzugefügt doch doch musik des kabel welche die cut weil die kette die haben wir ich habe schon die drei sieben haben kettel weil wir dafür opfern wird kein diamant oder oder ich bin mir gleich ja ich gehe gleich ich gehe gleich in die die höhle und wir brauchen also wenn wir den krassen von xlm naked hören wollte dann schon die sollte erstmal parodieren du bist klein herzlichen fett deine eltern haben dich in der mülltonne versteckt doch deine kindergeld blieb so leben ansonsten wirst du jetzt in der tonne gelegen ja das ist einfach nur fakt die haben wir haben wohl schweine zu verbeizt das ist so der gewaltigung kur was sollte geahndet werden er hätte ich verkugelte aber nicht jeder kann so wie ich lache aussehen haha ja du nutze mich schlecht aus deine eltern haben dich wie der beach geboxt man da die lyrics falsch das hätte ich jetzt alles so fremde warte warte ich mach nochmal hey ralfi du bist klein hässliche fest werden haben dann er sagt aber leise du bist dann hässlich und fett deine eltern haben sich in der mülltonne versteckt doch dann mit kindergeld blieb so am leben sonst wärst du jetzt also an sonst wäre eine tonne gelegen ja der fette schwein ist einfach nur fakt die haben wohl schwein das feierst du so tun wir jetzt mal hier alles in die kiste rein in der holz haben wir jetzt nix zu unten eine kiste führen du bist klein ist die mülltonne versteckt wird schwierig jetzt gerade auf dem server normal ja nochmal doch schon alles klar ich habe drei level wen soll ich was zu zaubern ich wollte einen aus spaß mit einer wolle nehmen wir nicht nur schweiß weg alles klar wir haben wir haben keine bücher mehr wir haben keine bücher wir haben keine bücher mehr oder weiß ich nicht kein buch mehr dass man hier habe er sich mit schaden ist zaubern werde habe ich nicht immer noch ein solches getan nach meint ist hier das meint ist in der kiste ja okay ich bin denn das mal eben oder sollte später es bin dann muss nicht dann kann man doch kann man ja das kostet glaube ich nichts mehr oder also nicht mehr so viel über die frauer dreiein war meins ort habe ich hier gemacht ja ja dann ich lege mal power 1 rein krass bin auch ich habe ich noch scharten ist für dich ne ja okay aber so power das haben wir geguckt wir haben das doch mal nachgeguckt bis wann gibt es ja geht das 433 power aber bis 5 ne 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 was ist denn das höchste das höchste was man sonst so bekommen kann schön und nur schwer dann dann ich habe ein schwert jetzt bin dann moment kurz